Der Commerce ETF, das Global Portfolio One von Andreas Beck, Flossbach von Storch oder doch der A-Rero-Fonds von Martin Weber? Wer hat die letzten zwölf Monate und die Turbulenzen an den Börsen am besten mit seiner Investmentstrategie gemeistert? Bei unserem ersten Vergleich im August 2022 habt ihr euch ein Wiederkehrendes-Update gewünscht. Deshalb erfährst du jetzt, wer aktuell die Nase vorn hat. Viel Spaß dabei! Hi und willkommen zurück, ich bin's Matthias und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Wie ihr wisst, empfehlen wir euch, weltweit in den Aktienmarkt zu investieren. Das klingt zunächst mal recht einfach und trotzdem gibt es immer mal wieder Ideen und Ansätze, die dieses einfache Prinzip verfeinern. Doch wie ihr wisst, gibt es nichts umsonst. Daher schauen wir uns die bekanntesten Portfolio Manager mit ihren Strategien an und erklären, warum welche Strategie in welcher Phase gut abschneidet. Starten wir mit den fünf Weltstrategien, die wir in dem Performance-Vergleich aufgenommen haben. Neben einem reinen Welt-ETF schauen wir uns das Global Portfolio One von Andreas Beck, den Arero-Fonds von Martin Weber, den Gerhard Commer ETF und den Multiple Opportunities Aktien- bzw. Mischfonds von Flossbach von Storch an. Zusätzlich führen wir noch den MSCI World sowie einen MSCI Emerging Markets ETF auf, um hier auf einen Blick zu sehen, wie die zwei großen Regionen der Aktienwelt jeweils abgeschnitten haben. Beginnen wir mit dem reinen Welt-ETF, bei dem wir uns für den Spyder MSCI ACWI IME ETF entschieden haben. Dieser ETF ist einer der größten ETFs, denn er investiert in sowohl Industrie- als auch Schwellenländer und beachtet dabei im Gegensatz zu anderen Welt-ETFs auch die Kleinstunternehmen, die Small Caps. Da er ein reiner Aktien-ETF ist, hat er natürlich eine 100-prozentige Aktienquote. Um die verschiedenen Weltansätze miteinander vergleichbar zu machen, haben wir wie im ersten Vergleich, den wir dir hier oben mal verlinken, wieder eine eigene Risikostufe definiert. Diese Risikostufe machen wir vor allem an der Aktienquote fest, denn je höher das Aktiengewicht ist, desto höher ist das Risiko kurzzeitiger Verluste, wenngleich natürlich die langfristige Performance besser sein sollte. Der ETF von State Street hat also die Risikostufe 5 von 5. Die Risikostufe wird auch wichtig bei der zweiten Strategie, nämlich dem Global Portfolio One, kurz GPO. Das GPO wurde von Dr. Andreas Beck konzipiert und ordnet das Portfolio so an, dass in jede Region gemäß ihrem Anteil an der weltweiten Ertragskraft investiert wird. Hier sind in der Regel 80% in Aktien und 20% in Staatsanleihen und Gold investiert. Ziel ist es, diese Investitionsreserve in Krisen stückweise aufzulösen und in Aktien zu investieren, weil dort höhere Renditen erhauft werden. Von uns gibt es daher eine Risikostufe 4 von 5, denn die Anleihen sollten als Pufferfunktion dienen. Als nächstes schauen wir uns den Arero-Fonds von Prof. Dr. Martin Weber an. Dieser investiert zu 60% in Aktien, 25% Staatsanleihen und 15% in Rohstoffe. Der Fonds soll einen gleichbleibenden Wertzuwachs erzielen und hat dafür auch noch die Rohstoffe mit drin, die wir in diesen Zeiten schon fast als Stakuationspuffer bezeichnen würden, denn gerade die Rohstoffe haben dem Arero gewissermaßen durch das erste Halbjahr 2022 geholfen, allzu wohl Aktien als auch Anleihen gelitten hatten. Aufgrund der geringen Aktienquote und der stabilen Anleihequote setzen wir den Risikowert auf 3 von 5. Kommen wir zum nächsten Ansatz, dem Multifaktor-Ansatz nach Gerd Kommer. Wir haben hier einen Faktor-Ansatz, der verschiedene Faktorprämien vereinnahmt. Wir haben bereits ein Video zum Gerd Kommer ETF gemacht, das du ebenfalls hier findest. Zusammengefasst lässt sich festhalten, dass durch die verschiedenen Gewichtungsmethoden ein stärkerer Fokus auf Schwellenländer und weniger Tech insgesamt gesetzt wird. Da es ein reiner Aktien-ETF ist, haben wir hier die Risikostufe 5 von 5 gewählt. Die Daten haben wir von dem entsprechenden Index, den der Gerd Kommer ETF abbildet und hiervon haben wir dann die ETF-Kosten abgezogen. Schließlich haben wir den mehrfach ausgezeichneten aktiven Mischfonds von Flussbach von Storch. Er ist mehrheitlich in Aktien investiert, nutzt aber auch Anleihen und Edelmetalle als Beimischung. Hier siehst du die Aufteilung per Ende Juli. 68% waren in Aktien investiert, 13% in Anleihen, insgesamt sogar 14% in Gold und weitere Edelmetalle und 4% in Cash. Wir vergeben daher wie beim Arero die Risikostufe 3 von 5, da er von der Asset Allocation mit ihm ganz gut vergleichbar ist, obwohl er ein aktiv gemanagter Fonds ist und auch die Asset Allocation dynamisch und nicht so starr wie beim Arero ist. Hier nochmal alle Strategien im Überblick. Du siehst, dass wir reine Aktienansätze haben wie den MSCI, ACBI, IMI ETF und auch den Gerd Kommer ETF. Andere Ansätze hingegen sind etwas defensiver und haben zum Ziel den Vermögensaufbau durch die zusätzliche Streuung über andere Assetklassen zu glätten, wie beim GPO, dem Arero oder Flussbach Fonds. Doch wie gut gingen die Konzepte auf? Hier siehst du jetzt alle Entwicklungen als Chart über die gesamte Zeit seit 2020 bis 2023. Wir betrachten also die dreieinhalb Jahre seit 2020. Und weiter konnten wir nicht gehen, weil manche Strategien, vor allem das GPO, erst seit 2020 verfügbar waren. Weil das bei dem ersten Update unterging, wir haben versucht, die Strategien so weit es geht auszudehnen. Aber eben, wie gesagt, das GPO ist erst seit 2019 am Markt. Deswegen konnten wir ab 2020 die größte Historie hier erst ansetzen. Und über diese dreieinhalb Jahre fallen die Ergebnisse schon recht unterschiedlich aus und damit sehr interessant. Obwohl es sich ja mehrheitlich um aktienlastige Strategien handelt. Welche Strategie welche ist, lösen wir dann gleich auf. Ich hoffe, dir gefällt das Video bis hierhin. Ich möchte dich fragen, du bist ja hier auf dem Kanal der Vermögensfabrik. Weißt du eigentlich, wie deine eigene Vermögensfabrik aussieht? Wir haben ja dieses Konzept ins Leben gerufen, um dir ein ganz anschauliches Bild deines Vermögens auch zu bieten. Und mit dem neuen Vermögensplaner haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, dass diese Vermögensfabriken alle zum Leben abwechslernen können. Du kannst auf der Website einfach ein paar Daten eingeben. Und dann kalkulieren wir für dich deine eigene Vermögensstruktur in Form einer Vermögensfabrik. Du kannst dir also alle vier Tore einer Vermögensfabrik darstellen lassen. Wie viel solltest du für deine Sparziele investieren, für deine eiserne Reserve, für deinen Wohnsatz, Aktien, Anleihen, Geldmarkt, ETFs beispielsweise. All das findest du in dem neuen Vermögensplaner der Vermögensfabrik. Wir haben es wahrscheinlich auch unterhalb des Videos verlinkt oder in der Videobeschreibung. Schau also gerne mal vorbei und jetzt viel Spaß noch mit dem Video. Wir starten mit dem Jahr 2020. Da ging es ordentlich rauf und runter. Die Schwankungen waren im Corona-Jahr besonders groß. Deshalb betrachten wir nicht nur die Renditen, sondern vor allem die sogenannte Sharpe-Ratio. Bei ihr betrachtet man die erzielte Rendite im Verhältnis zu den Schwankungen, um zu zeigen, welche Strategie den sozusagen risikolosesten Vermögensaufbau beschert hatte. Und da erkennen wir, alle Strategien waren fast gleich auf. Die Sharpe-Ratio unterschied sich nur minimal. Flussbach von Storch und Andreas Beck hatten die erfolgreichsten Strategien in dieser Hinsicht, was vor allem damit zusammenhing, dass sie mithilfe von Anleihen die Einbrüche am Aktienmarkt dämpfen konnten. Rein renditeseitig waren die Emerging Markets Best Performer, dicht gefolgt von Andreas Beck. Im Jahr 2021 gab es dann eine starke Rallye bei Aktien und Anleihen, von denen vor allem der MSCI World mit den großen Tech-Titeln, aber auch Andreas Becks GPO profitieren konnte, da dessen Schwankungen in jenem Jahr besonders niedrig ausfielen und sowohl MSCI World als auch Andreas Beck die ersten Plätze belegen. Hier waren die Emerging Markets an letzter Stelle und all diejenigen, die stärker dort oder weniger in US-Tech-Aktien investiert waren, haben Plätze verloren. 2022 kam dann alles wieder anders. Aktien und Anleihen verloren in rekordverdächtigem Maße, während Rohstoffe durch den Ukraine-Krieg und die Inflation hohe Rendite erzielten. Da alle betrachteten Strategien hier Verluste machten, ist die Sharpe-Ratio diesmal weniger aussagekräftig, weshalb wir hier das Ranking nach der Rendite vorgenommen haben. Der Arero-Fonds konnte mit seinen Rohstoffen Bodengut machen und auch Gerd Kommer und Andreas Beck liefen besser als die ETS. Lediglich der Flussbach-Fonds, der in diesem Jahr auch sein Best-Rating verlor, war etwas weiter hinten zu finden. Ja und in diesem Jahr 2023, wo wieder die Tech-Aktien aufhören, ähnlich wie 2021 ist der MSCI World wieder ganz weit vorn. Aber auch das GPO ist sehr dicht dran. Die Emerging Markets laufen hingegen weiterhin unterdurchschnittlich, ebenso wie Rohstoffe. Dementsprechend sind der Arero-Fonds und der Gerd Kommer ETF etwas weiter hinten zu finden. Es gab also Jahre, in denen alle Strategien eng beieinander waren und Jahre, bei denen deutliche Unterschiede zu erkennen waren. Auch wenn der Betrachtungszeitraum von dreieinhalb Jahren viel zu kurz für einen entsprechenden Vergleich ist, erkennst du doch an den verschiedenen Marktphasen, wie sich die Performances erklären lassen. Im Endergebnis sieht das Ranking nach der Sharpe-Ratio so aus. Der MSCI World und der MSCI ACWI IMI haben das beste Ergebnis geliefert. Das ist auch nicht verwunderlich, weil alle anderen Strategien eine stärkere Diversifikation beabsichtigen als diese ETFs. Dadurch, dass aber in den letzten dreieinhalb Jahren gerade wenige große Titelrendite gebracht haben, konnte sich das Prinzip der Diversifikation noch nicht auszahlen. Wir haben aber gesehen, dass beispielsweise im Corona-Jahr diese Klumpenrisiken bei den ETFs auch bestraft werden können. Bei den Strategien liegt letztlich Andreas Beck vorn, dicht gefolgt von Martin Weber und dem Gerd Kommer ETF. Am Ende befindet sich der Mischfonds von Floßbach von Storch. Die Emerging Markets sind weit abgeschlagen. Bedenke, die vergangenen Kurse sind kein Indikator für zukünftige Performance. Insofern hat jede dieser Strategien ihre Daseinsberechtigung und beim nächsten Update kann alles wieder anders aussehen. Welche ist euer Favorit oder seid ihr sogar investiert? Schreibt es mal bitte unten in die Kommentare. Belohnt diese Analyse doch mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr das nächste Update nicht verpassen wollt, abonniert auf jeden Fall diesen Kanal. Dann freuen wir uns auf das nächste Video mit dir. Bis dahin, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.